Eine verwechslungssichere Identität von jedem Gerät im Funknetzwerk ist unabdingbar für seine korrekte Funktion. Eine standardisierte Kennzeichnung am Gerät ermöglicht den einfachen Online-Zugriff auf alle relevanten technischen Informationen. Jedes NOCEN-Modul wird mittels eines sogenannten NOCEN Unique Radio Identifier Codes identifiziert. Faktisch ein Fingerabdruck für jedes Gerät, das auf Basis des ISO-Standards funkt. Die EUR-ID wird vom Chip oder Modulhersteller auf den Chip gebracht und erlaubt die Erschaffung von Billionen von eindeutigen Identitäten. Die Identität der Produkthersteller wird ebenfalls mittels einer separaten Kodierung auf den Chip gebracht. Äußerlich werden alle Produkte mit einem QR-Code oder einem Barcode versehen oder mit einem NFC-Tag ausgestattet, der auch für die Programmierung des Geräts verwendet werden kann. Damit kann der User oder Installateur jedes Gerät eindeutig identifizieren. Und demnächst den Device Description File direkt downloaden. Ein Online-Datenblatt, das über die Server von OCEAN Alliance abgerufen werden kann.